In the black lines Ihr könnt hier die Leute, die hier von unten, von der Seite überall abknallen Der nächste Spot ist auch hier in der Nähe Wenn ihr hier auf den Balkon geht, könnt ihr hier auf dieses Geländer Und von diesem Geländer hier auf diese Laterne Der dritte und letzte Spot ist hier Wenn ihr euch in diesen Stein legt, könnt ihr durch den Stein gucken und auf die andere Seite schießen Ich weiß nicht, ob er der erste war, der ihn gefunden hat Auf jeden Fall habe ich den Spot hier bei Wuchtig gesehen Link zu seinem Kanal in der Videobeschreibung Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao Bis zum nächsten Mal